Musik Wir sind dabei, seit mittlerweile zwei Jahren, das Thema Jugendbeteiligung in unserer Stadt auf neue Füße zu stellen. Ein Weg, der anfänglich aus meiner Sicht doch nicht so ganz schon das Licht am Ende des Tunnels hatte. Wir waren etwas skeptisch, etwas kritisch vielleicht sogar und haben aber dann doch gemerkt, dass man Jugendbeteiligung aus verschiedenen Seiten betrachten kann. Gutes Ergebnis aus dem Prozess, dass man sagt, man kennt sich jetzt, man hat eine Weile zusammengearbeitet und hat kurze Wege zueinander. Jugendliche sind sensibilisiert worden durch die demokratischen Prozesse. Wie funktioniert sowas? Und ich denke, dass gerade dort auch ein Grundstein gelegt wird für späteres Engagement. In meinem ersten Interview habe ich gesagt, der Nebel, der Nebel verfliegt. Einerseits habe ich das Gefühl, dass der Prozess zu lang war. Andererseits habe ich aber das Gefühl, wir haben die Zeit gebraucht. Wir haben eigentlich im Hintergrund versucht, die Jugendlichen zu betreuen, manchmal auch ein bisschen zu bremsen und zu zeigen, die Realität ist anders als das, was sie sich da vorstellen. Und aber auch Mut zu machen, wenn es dann doch zu viel aussah, diesen Riesenstadtjugendtag zu stemmen und immer wieder die Termine auch zu liefern, dass die Jugendlichen dranbleiben, am Ball bleiben. Also wenn man sich den zweijährigen Prozess nochmal anschaut, denke ich, war es sehr gut, dass wir eine Steuerungsgruppe hatten mit den Leitern aus den verschiedenen Einrichtungen, weil das war immer die Rückkopplung zu den Jugendlichen. Die haben die auch nochmal motiviert, waren auch nochmal einzeln da für die AGs, das zusammen nochmal zusammenzutragen, was waren die Aufgaben. Das ist sehr gut gelaufen und dass wir uns einfach in dem Prozess immer wieder reflektieren konnten. Ich sage mal, vor dem Stadtjugendtag gab es eine ganz lange Phase der Vorbereitung. Und dort hat mir wirklich am besten gefallen, und das ist auch das, was für mich nachhaltig, denke ich, ist, die Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungen der Stadt aller Bank Buchholz. Ich denke, das ist ein ganz großer Mehrwert, den wir dort mitnehmen. Wir haben uns gut verstanden, wir waren eine tolle Truppe. Also ich fand den Stadtjugendtag gut. Man hätte einiges verbessern können, man hätte vielleicht eine größere Bandbreite ansprechen sollen an Jugendlichen. Ich fand den Stadtjugendtag auch wirklich super. Und ich habe auch von anderen Bekannten jetzt gehört, die jetzt auch mit auf diesen Stadtjugendtag waren. Ihm hat es genauso gefallen. Ja, ich denke, wir haben am Anfang uns ziemlich viel vorgenommen und hätten wir kleiner angefangen, dann wäre es vielleicht auch um einiges einfacher für uns geworden und vielleicht auch besser. Die Idee war quasi, einen Stadtjugendtag, eine Veranstaltung zu organisieren in unserer Stadt. Und da haben die Jugendlichen Ideen gesammelt. Dann haben wir das ein bisschen sortiert. Da hatte ich dann im Praktischen die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Und das war sehr sinnvoll, damit wir die vielen Ideen, die von den Jugendlichen kamen, auch irgendwie strukturieren konnten und auf die Umsetzbarkeit geprüft haben. Sagen wir es so, die Erwachsenen haben mehr Erfahrungen jetzt, würde ich sagen, im Leben als wir Jugendlichen. Sie wissen zum Beispiel, wie man mit Geld wirklich umgehen muss und halt, dass sie sich da wirklich untereinander absprechen und alles. Was jetzt im Vorfeld bei der Planung auch ganz gut liegt, waren die regelmäßigen Treffen. Und es ist besser, also die Erwachsenen haben da vielleicht einen besseren Überblick. Ja, was ist jetzt erst mal wichtiger? Und können uns das auch vorgeben? Und das hilft uns ja, wenn wir uns an diesen Leitfragen orientieren können. Sehr schön war, dass wir es tatsächlich geschafft haben, auch mit der Kürze der Zeitvorgabe, dass es am Ende auch so war, wie wir es uns vorgestellt haben. Ganz beeindruckend fand ich unsere Jugendlichen, die dort wirklich bis zum Schluss fast vollständig dabei geblieben sind. Sehr gut, dass vor allem die Jugendlichen selber da halt gesagt haben, was sie machen wollen, was sie gut finden, weil das natürlich die Leute sind, die da besser einen Einblick haben, was interessiert Jugendliche gerade, was ist da gerade innen, was kann da Leute begeistern, was kann da Leute anziehen, als jetzt erwachsene Leute. Aber es ist sehr wichtig, dass trotzdem auch Erwachsene dabei sind, die da auch ein Auto mit drauf haben, weil die vielleicht andere Schwierigkeiten nochmal sehen, andere Sachen nochmal sehen, die man bedenken muss, die man selber als Jugendlicher mit eben noch nicht so viel Erfahrung in solchen Organisationsplanungssachen, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, eben vielleicht noch nicht so einschätzen kann. Also so Hand in Hand mit Jugendlichen und mit den Erwachsenen, die da schon mehr Erfahrung zusammen haben, finde ich sehr wichtig. Für mich sehr erstaunlich, welche Ideen die Jugendlichen selber dort eingebracht haben. Also ich wäre vielleicht als Erwachsener vom Schreibtisch aus in eine ganz andere Richtung marschiert, sage ich. Sie haben selber gelernt, den Tag demokratisch zu entscheiden, wann beginnt man eine Veranstaltung und das alles in einem demokratischen Prozess. Man bespricht alles, man diskutiert alles und man findet sich dann auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner wieder. Ich denke, dass die Jugendbeteiligung in aller Bayern Buchholz zukünftig projektbezogen sein wird. Dass wirklich Themen die Jugendliche ansprechen, egal welcher Art auch immer. Schlussfolgerung ist dafür, dass auf jeden Fall das ganz viel Potenzial beinhaltet, dass wir einfach an dem Thema weiterarbeiten müssen. Die Motivation und der Spaß sollte auch mit Inbegriffen sein. Klar, es ist nicht immer lustig und es kann nicht immer Spaß bringen, aber man sollte trotzdem versuchen, die jungen Leute zu begeistern. Es gibt auch kein Patentrezept, wie man Leute begeistert, leider. Ich denke, es braucht jetzt eine gute Auswertung, wo auch die Schwierigkeiten benannt werden können, dürfen, sollen, müssen. Die jungen Leute müssen mitreden, sonst passiert doch nichts anderes. Sonst können sie sich hierbei auch nicht beschweren. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, aber ich sehe uns noch nicht am Ende des Weges angekommen. Ich aus der heutigen Sicht denke, dass wir unseren Prozess hätten nicht so gut abschließen können, wenn es nicht den Kinder- und Jugendring Sachsen gegeben hätte und wenn es nicht den Kreisjugendring, das flexible Jugendmanagement, die Melissa Roscher gegeben hätte. Wir sind auf einem guten Weg.